Hey Leute, was ist wieder vor euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ihr seht es Leute, ich hab hier heute die Tops mit der X17-18 Champions League Serie am Start und ihr habt es richtig gelesen. So bekommt ihr zu 100% oder zu 99,9% ich weiß nicht was ich in den Titel schreiben werde, weil es kann ja sein, dass es ab und zu mal nicht funktioniert. Ein Hero Pack, weil die Champions League Serie zeichnet sich ja aus, dass sich in diesem Display, also in einer Displaybox immer ein Hero Pack drin ist. Und laut meinen Informationen Leute, ich hab hier ein ungeöffnetes Display, hier sind noch alle Booster drin. Laut meinen Informationen ist das Hero Pack immer unten links oder unten rechts. Das heißt ihr müsstet quasi 2 Euro ausgeben, um das Hero Pack zu bekommen. 2 Booster und ich hoffe das klappt jetzt auch Leute, weil wenn es jetzt nicht klappt mit den 2 Boostern, die unten liegen, ist es ganz schön peinlich oder? Dann kann ich in den Titel schreiben, so bekommt ihr zu 0% einen Hero Pack. Keine Ahnung, mal gucken ob ich es überhaupt hochladen werde, wenn das jetzt hier nicht klappt. Das war, ähm, ja, das ist auf jeden Fall die kleine Anleitung. 2 Booster, unten rechts, unten links. Ich hoffe das klappt. Also laut meinen Informationen, das wurde mir mitgeteilt, dass unten links und oder unten rechts halt das Hero Pack immer ist. Und ich starte jetzt einfach mal mit unten rechts. Oder unten links? Komm, unten rechts. Schauen wir einfach mal rein. Vielleicht klappt es ja wirklich, Leute. Vielleicht klappt es ja wirklich und ich hier schon mal nicht. Also unten rechts können wir streichen. Thiago, Sokrates, Dix, Robertsleff, Casimiro und das Real Madrid Logo. Das ist auf jeden Fall nice. Ich habe ja noch nicht so viele Karten geöffnet von der Champions League Serie, aber wir suchen natürlich das Hero Pack. Und ich hoffe, das ist jetzt das Hero Pack, weil ansonsten, ja, keine Ahnung. Vielleicht lade ich das Video trotzdem hoch. Mal gucken. Schauen wir einfach mal rein hier. Juventus Turin. Oh. Oh, shit, Leute. Oh, shit. Silber, Deli Alli. Hier ist das Hero Pack. Es hat geklappt. Buh. Also unten links, Leute. Ihr könnt euch schon mal freuen, wenn ihr ein komplettes neues Display seht. Ronaldo und Club 100. Paolo Dybala. Buh. Hero Pack ist da, Leute. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen, wenn in eurem Kiosk ein komplettes neues Champions League Display steht. Nimmt das Pack unten links. Nimmt das Pack unten links, weil das ist hier ein Hero Pack. Ihr habt es gesehen. Wenn ich noch ein Display kaufe, mache ich es wahrscheinlich wieder und gucke, ob das wieder klappt, weil... Ja, das wurde mir mitgeteilt, Leute. Das wurde mir mitgeteilt, dass immer unten links das Hero Pack ist. Und ich habe es ja jetzt ausprobiert. Und zack, es hat geklappt. Silber, limitierte Auflage von Deli Alli. Leider ist es noch so in der Champions League Serie, dass es Bronze, Silber, Gold gibt. Finde ich ein bisschen schade. Aber was soll's. Hedrick, Hedrick Hewoof hier von Ronaldo auch noch am Start, Leute. Besser kann man dieses Video noch nicht enden. Wir halten fest. Kauft nicht das Pack unten rechts, sondern unten links. So, was von geil, Leute. Zwei Booster habe ich geöffnet heute. Und acht Powerkarten. Jawohl, es geht. Hier Asensio, Deli Alli, Silber, Messi hier noch. Messi, Ronaldo hatten wir, ne? Heftig. Company, Ronaldo und Dybala. Club 100. Leute, das war ein richtig, richtig geiles Video. So bekommt ihr zu 100% einen Hero Pack in der Champions League Magitex 17, 18er Serie. Wenn das Video euch gefordert hat, lasst natürlich ein Däufchen nach oben da. Und schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ihr es ausprobiert habt, ob es bei euch geklappt hat. Bei mir hat es jetzt geklappt. Ihr seht es. Noch ein komplettes Display mit allen Boostern sind hier da. Da werde ich auf jeden Fall ein Pack and Play aufnehmen. Das werdet ihr sehen. Dann wird es normale Unboxings geben. Ja. Alles, was euer Herz so begehrt, ne? Magitex, Magitex, Magitex. Das war's von mir. Abonniert meinen Kanal kostenlos. Teilt das Video mit euren Freunden, dass eure Freunde auch Bescheid wissen. Aha. Unten links ist das Hero Pack. Leute, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Däufchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal kostenlos, um keine meiner Videos mehr zu verpassen. Haut rein und tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.